Horoskop für heute, Krebs, 8. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. In der ersten Tageshälfte kann es ein kleines Hindernis geben. Ihr Bedürfnis nach Vertrautheit, Komfort und Sicherheit kann im Widerspruch zu dem Bund stehen, Ihre Komfortzone zu verlassen, um einer Verantwortung nachzukommen. Oder es kann verlockend sein, etwas zu tun, hinter dem Sie nicht ganz stehen, was wahrscheinlich keine gute Idee ist. Unentschlossen zu bleiben, kann sich etwas unangenehm anfühlen, aber Sie sind noch nicht bereit, den Sprung zu wagen. Es gibt jedoch positivere Wellen, wenn Sie danach suchen. Besonders im Laufe des Tages ist es einfacher, Prioritäten festzulegen. Das Durchdenken von Problemen gibt Ihnen das starke Gefühl, Ihr Leben besser unter Kontrolle zu haben und die Familie kann das Thema oder die Teilnehmer sein. Wenn es um persönliche Belange und häusliche Angelegenheiten geht, sind Sie ein besonders effektiver Kommunikator. Sie haben eine Art, andere zusammenzubringen, und Ihre Zusammenarbeit bedeutet Ihnen viel. Machen Sie heute keinen Wirbel und verschlimmern Sie das Drama nicht. Sie könnten sich jedoch so fühlen, als ob es Ihnen aufgezwungen wird. Sie neigen nicht dazu, ein impulsives Sternzeichen zu sein, da Sie eher Vorsicht und Messigung üben. Normalerweise werden Sie sich ganz sicher nicht in die Hitze des Augenblicks stürzen. Leider wird der temperamentvolle Mars, der rote Planet der Aggression, der sich jetzt in Ihrem Solarhaus der Identität befindet, mit dem mentalen Merkur kollidieren, der jetzt in Ihrem Solarhaus des Heims, der Familie und der Häuslichkeit kreist. Dies stellt sicher, dass Sie und Ihr Partner in eine ziemlich heftige Debatte oder einen Konflikt über diese Themen geraten könnten. Tun Sie Ihr Bestes, um Achtsamkeit und Fluss zu üben. Geben Sie sich nicht der Aggression oder Konfrontation hin. Das ist vielleicht leichter gesagt als getan, wenn Merkur in der Waage im Quadrat zu Mars in Ihrem Zeichen steht. Normalerweise sind Sie kein Mensch, der leicht frustriert wird. Sie können einfühlsam und mitfühlend sein, was Sie davon abhalten kann, sich in Ihrem Arbeitsleben von anderen gestresst zu fühlen. Allerdings könnte jemand in Ihrer Nähe trotzdem etwas sagen oder tun, das eine innere Raserei auslöst, während Sie versuchen, einen anstrengenden Arbeitstag zu überstehen. Atmen Sie tief durch. Reagieren Sie auf die Person und die Situation neutral statt passiv-aggressiv. Wenn Sie Ihre Gesundheitsgewohnheiten wirklich zum Besseren verändern möchten, ist es wichtig, sich selbst im Zweifelsfall zu vertrauen. Es ist schwer, alte Muster zu ändern. Es ist eine tägliche Anstrengung und echte Veränderungen brauchen Zeit. Wenn Sie das Syndrom einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück spüren, entspannen Sie sich ein wenig und konzentrieren Sie sich auf das Positive. Wenn es um Gesundheit geht, ist Ihre Grundeinstellung das Wichtigste. Denken Sie daran. Emotional gesehen könnten die heutigen Schwingungen eine gewisse Instabilität und ein Gefühl der Unzufriedenheit hervorrufen. Sie spüren vielleicht, dass in Ihrem Liebesleben neue Wünsche auftauchen. Haben Sie Fantasien, die darauf warten, verwirklicht zu werden? Wenn dies der Fall ist, seien Sie nicht zu ungeduldig. Seien Sie zunächst kommunikativ, denn das ist wahrscheinlich der beste Weg, um zu bekommen, was Sie wollen. Dieses Wochenende legt den Schwerpunkt auf Beziehungen, Herzensangelegenheiten und alles, was Spaß macht, verspielt, romantisch und kreativ ist und bietet Ihnen gleichzeitig Zeit, neue Energie zu tanken. Während Pluto während seines letzten Wochenendes in rückläufiger Bewegung in ihrem Beziehungssektor zum Stillstand kommt, kommt Jupiter gleichzeitig in seinem letzten Wochenende in direkter Bewegung in einem nostalgischen und nachdenklichen Bereich ihres Horoskops zum Stillstand. Beide Himmelserreignisse ermutigen Sie, präsent zu bleiben. Darüber hinaus arbeitet der Mond mit Venus, Saturn und Mars zusammen, um die spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Aspekte des Lebens zu entfachen. Der einzige Besuch des Mondes in ihrem romantischen Sektor, während Venus, der Planet der Liebe, hier ist, hätte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen können. In Ausrichtung auf Venus und in einem freundlichen Aspekt zu Saturn, gerade als ihr freundlicher Aspekt seinen Höhepunkt erreicht hat, wird eine Mischung aus Romantik, Abenteuer und Nostalgie verstärkt. In seinem letzten Wochenende in rückläufiger Bewegung in ihrem Beziehungssektor hält Pluto unterdessen die Türen zur Vergangenheit und zu zweiten Chancen offen. Täglicher Planetenüberblick Heute könnten Sie sich in den heiklen Gewässern einer passiv-aggressiven Konversation wiederfinden, da Merkur in der Waage im Quadrat zu Mars im Krebs steht. Keine dieser Planetenenergien gedeiht bei direkter Konfrontation, was die Kommunikation etwas angespannt erscheinen lassen kann, als würden Sie auf Zehenspitzen um etwas herumgehen, das niemand ansprechen möchte. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen und zu versuchen, den Frieden zu wahren, selbst wenn unter der Oberfläche ein unausgesprochenes Problem brodelt? Diese Art von Energie könnte heute auftauchen, und es ist wichtig, sie nicht verweilen zu lassen. Wenn wir es vermeiden, das anzusprechen, was uns stört, erzeugen wir auf lange Sicht oft mehr Spannung. Sie werden vielleicht feststellen, dass die unausgesprochenen Frustrationen von heute in ein paar Monaten während der Rückläufigkeit des Mars wieder auftauchen und die Dinge unnötig kompliziert machen. Anstatt diese Gefühle also schwelen zu lassen, versuchen Sie, die Situation mit Mitgefühl und Ehrlichkeit anzugehen. Gibt es etwas, das Ihnen auf dem Herzen liegt? Wenn ja, ist dies Ihre Chance, es zu klären. Sie müssen nicht konfrontativ sein, aber wenn Sie die Dinge klar ansprechen, kann das allen Beteiligten helfen, mit einem Gefühl des Abschlusses und Verständnisses weiterzumachen. Haben Sie schon einmal ein Gespräch geführt, vor dem Sie sich gefürchtet haben, und dann Erleichterung verspürt, als es vorbei war? Das ist die Art von Gelegenheit, die sich heute bietet, eine Chance, die Luft zu reinigen und Platz für etwas Leichteres zu schaffen. Diese positive Energie wird wahrscheinlich zu einigen bedeutungsvollen Gesprächen führen, jenen besonderen Austauschen, die über oberflächlichen Smalltalk hinausgehen und tiefere, erfüllendere Themen behandeln. Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie eine Verbindung zu jemandem auf einer Ebene aufbauen, die sich wirklich bedeutsam anfühlt. Aber wie so oft im Leben besteht die Möglichkeit, dass Unterbrechungen oder Ablenkungen auftauchen. Vielleicht ist es ein unerwarteter Anruf oder eine dritte Person, die Ihre Konzentration vorübergehend aus dem Gleichgewicht bringt. Bleiben Sie flexibel und lassen Sie sich von diesen kleinen Störungen nicht vom Kurs abbringen. Waren Sie schon einmal mitten in einem wichtigen Gespräch und wurden von etwas Trivialem abgelenkt? Das passiert uns allen, aber die Energie von heute gibt Ihnen die Ruhe und Geduld, die Dinge sanft wieder auf Kurs zu bringen. Ihre Fähigkeit, geerdet und kompromissbereit zu bleiben, wird Ihr größter Vorteil sein, insbesondere wenn Sie diese kleinen Unebenheiten auf der Straße meistern müssen. Beziehungen, ob romantisch, freundschaftlich oder beruflich, stehen heute wahrscheinlich im Mittelpunkt. Die gute Nachricht? Die Menschen suchen ganz natürlich ihre Gesellschaft. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an denen jeder einfach in Ihrer Nähe sein will? Diese Art von Energie strahlen Sie gerade aus. Sie sind zugänglich, herzlich und offen, und das macht es einfacher denn je, neue Verbindungen zu knüpfen. Wenn Sie Ihren sozialen Kreis erweitern oder die Bindungen zu den Menschen, die bereits in Ihrem Leben sind, vertiefen möchten, bietet sich heute eine wunderbare Gelegenheit. Vielleicht bemerken Sie sogar, dass sich insbesondere Frauen von ihrer Energie angezogen fühlen und dass sie ein großes Potenzial haben, neue Freunde zu treffen oder ihre bestehenden Freundschaften zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank.